moin leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile 21 video hier auf meinem kanal schön dass ihr mit am start seid oder jawohl ich weiß wie gestrige folgen verpasst habt ihr unbedingt aus ihr wart zu bild wir haben uns mal neu abgeholt ja wie gesagt war zu bild wir haben jetzt 63 millionen münzen freunde das ist lecker das ist sehr lecker und es werden ja noch einige münzen hinzukommen zum beispiel heute weil wir werden uns heute den nächsten league-1-tots spieler abholen und genau ich denke mal wissen alle wer es ist für dieser laborde 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 der wird es auf jeden fall sein erst mal erst mal doch in bonus pack von der mann kennt ganz locker blog ich gehen wir rein ins lock in bonus pack und wir ziehen es geliebt gewollt super wollte ich immer haben genau wo waren wir wo waren wir hier können wir uns jetzt hier den laborde abholen ich mal kurz gucken habe ich noch tickets ich habe noch tickets soll ich die fürs ja komm ich setze die liga trotzdem setzen ich warte noch mal wo ich gucke noch kurz bundesliga ich weiß es ist ja nicht mehr kommen ich mache ich mache ich mache ich habe am barm jawohl haben wir noch ein paar punkte am stüssel sehr schön das schmeckt doch meine lieben freunde und ich habe mehr haben wir nicht mehr haben wir nicht ist aber nicht schlimm denn wir holen uns jetzt laborde 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 ab jawohl freundlich rück auf 3 2 1 abfahrt nächster league topspieler ist am start sehr sehr nice wild 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 wir haben jetzt 800 euro totspunkte freunde also zwei starten auf jeden fall drin wild einfach nur bild freunde einfach nur bild kommen jetzt gehen ich noch ein bisschen vorwärts ein bisschen vorwärts zack zack und ihr die tods token haben wir auch noch jawohl dann gehe ich denke mal zu bamba weil der bringt ein bisschen mehr als na was habe ich gesehen genau deshalb gehe ich immer zu zum bumper zum bahn bei so ich habe aber hier hinten noch gesehen dass ich hier noch paar tickets bekommen habe genau so muss das so muss das freunde das heißt ich kann mir jetzt hier noch mal schön paar punkte snacken ganz genau freunde jawohl es geht zack zack somit haben wir jetzt 900 punkte ich versuche jetzt die beiden 96 auch zu bekommen die hier und ja genau das ist so mein ziel mein ziel was ich verfolge so jawohl freunde sehr gut sehr sehr nice special habe ich aufgezeigt nicht auch etwas weiter können wir eigentlich auch gleich bin aber zuerst will ich mal den kollegen drauf stellen aber zuerst machen wenn es gewusst zuerst machen es gibt es habe ich so aus dem augenwinkel erkannt zack 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 zweikampf hummel zervoll matze matze tatze zack zack zähne ist so und hat sich auch zu bild gewesen ich gucke mal kurz den empfehlungspreis nach und laborer b ja der war ist mir klar dass er nicht so viel wert ist ich mache mal 600k mal gucken mal gucken mal gucken ja 600 kann ich einfach direkt drauf stellen direkt drauf für 600 k freunde nehme ich mit nehme ich mit weil ich mache 6 10 und dann mache ich 6 glatt jawohl die freunde so ist das doch gut bezahlt jawohl sehr nice so zack zack und rauf damit so wie gesagt spielen wir noch ein bisschen special ähm genau zack zack äh wo das angriff bonus habe ich aktiviert oder habe ich nicht ne habe ich nicht ja ich habe 3 komm mache ich einfach mache ich mal ähm genau ich habe ja noch 9000 gems wollen ich spare die weil eventuell kommt ihr was beim utoz vielleicht kommen wir beim utoz die ein oder anderen angebote die ich mal die man sich mit james kaufen kann ähm von daher spare ich meine james aktuell mhm gebe die noch nicht aus weil ich habe da die leise hoffnung oder eine kleine hoffnung mhm dass da ähm was ja was rauskommt also james oder so was gut ist also was ich mir für james kaufen kann lul jetzt habe ich es huch ähm genau ja mal gucken mal gucken wie gesagt ähm ob EA äh da nochmal was ja äh gönnt oder ja auch nicht man weiß nicht man wird es sehen ähm genau Freunde so 112 das sollte easy peasy machbar sein ich würde sagen wir gehen rein wir gehen rein let's go ähm da sollten eigentlich die 15 Tore drin sein wenn ich mich nicht komplett los dran stelle ähm genau so Beckham jawohl wunderschöne Store hier Levi zack zack 3-0 also Levi wirklich so geil der Typ ne so geil 4-0 zack zack wir sind im Fahrwasser wir sind sehr sehr im Fahrwasser Daglish komm verkackst nicht er verkackst ich hatte es irgendwie im Gefühl dass er es verkackt ich hatte es irgendwie im Gefühl frag mich nicht warum Balak nickt ihn ein jawohl so muss das so muss das Daglish komm jawohl sehr gut Daglish nochmal Daglish ja ok der geht rein 7-1 ja wir sind noch wir sind noch im Fahrwasser 8-1 aber könnte schwer werden komm Becke 9 jawohl also jetzt muss halt wirklich jeder Schuss sitzen und wir kriegen kein Kontertor und das war's das war's das war's das war's dann würde ich mich natürlich sehr freuen und supporten Freunde ihr kennt wie das doch abläuft und jawohl er hat sich verkauft hätte ich doch noch ein bisschen höher reinstecken können ja aber gut jetzt ist er halt safe verkauft und das ist auch ok Freunde jawollski wir sehen uns morgen in aller frische wieder zu einem neuen Video so wie immer ihr kennt's bis morgen auf 3 und ciao Outro